Ja, hallo ihr Lieben, das ist die Sina, das ist die Leni, ich bin der Thomas, wir kommen aus Nordhessen, aus Kassel und wir sind jetzt hier in der Venediger Lodge in Neukirchen. Ja, wie sind wir hierhergekommen? Ganz einfach, dazu sagt meine Frau was dazu, denn sie hat uns hierhergebracht. Ja, ich habe eines Tages auf Facebook einfach Alpenimmobilien als Gefällt mir angeklickt und wurde dann Fan der Seite Alpenimmobilien und habe das ja jedes Jahr immer mal verfolgt und mir halt Immobilien angeguckt und eines Tages kam halt das ins Angebot und dann habe ich mal den Hörer in die Hand genommen und habe die Nummer gewählt und hatte den Fritz Scherentaner dran, der uns dann glücklicherweise betreut hat, bis wir dann hier zum Kauf gekommen sind und das war glaube ich echt extremes Glück. Wie findest du das hier? Ich finde es voll schön hier, weil man kann zum Beispiel im Winter nach dem Skifahren in den Wellnessbereich gehen und sich zum Beispiel abkühlen oder auch wenn es kalt ist in die Sauna. Ja, also gefällt dir gut. Und Essen ist auch gut. Genau. Alles super. Im Großen und Ganzen herzlichen Dank an Alpenimmobilien, herzlichen Dank an Fritz, hat es uns super gefallen und wir sind rundum zufrieden und glücklich. Alpenimmobilien. Gib Herzenswünschen ein Zuhause.